Ja, das Wetter ist ja heute irgendwie nicht so gut. Wir waren gestern in Knebe unterwegs auf so einem Festival und da war das Wetter wunderbar, aber ich glaube, ihr hattet es hier gestern auch schöner, oder? Naja, aber kann ja nur besser werden. Unser offizielles Screen-Team ist sogar hier, das habe ich gerade gesehen. Also wenn ihr Fragen habt, geht einfach zu den beiden hier, den blonden, kurzen Haaren und der Adidas-Tasche. Und ich habe schon sogar ein paar Jute-Beutel gesehen, das sind so unsere Braceman-Jute-Beutel. Die gibt es auch im Togo-Fanshow, also wenn ihr ganz viel zu tragen habt, nehmt euch diese Tasche und tragt die rum und voll gut.